Wie viele Spieler brauchst du zum Pétang spielen? Du hast drei Möglichkeiten. Tête à tête, Doublette, Tripplette. Im Tête à tête spielt eine Person gegen eine andere, jede mit drei Kugeln. Doublette, das sind zwei gegen zwei, jeder mit drei Kugeln. Tripplette, das sind drei Leute gegen drei, jeder mit zwei Kugeln. Egal welchen Modus ihr spielt, habt Spaß. Auf geht's zur nächsten Runde.